ja kunststoff brauche ich jetzt hier auch nicht ich meine den mache ich ja hier die platten die habe ich die aluminiumhäuse nicht gehäuse nicht irgendwas gebraucht ach egal ich habe mal die jetzt erstmal hier rein das brauche ich jetzt hier nicht drin die schnecke nämlich mal schon noch mit die dinger brauche ich gerade nicht die dinger brauche ich gerade nicht die kabel lassen wir auch hier okay das jedoch kann man packen wir die festplatte hier auch noch rein die schnecke auch so jetzt habe ich ein schönes großes freies inventar und damit gehe ich jetzt schrauben und kupferbleche holen wenn ich wieder da bin habe ich genug zeug für für die netzschalter und dann werde ich die netzschalter die ich überall hingestellt habe erstmal ersetzen also zumindest die wichtigen und sie auch direkt einsortieren das wäre echt gold wert dann kann ich nämlich von einem dieser schalter aus alle anderen steuern wenn ich also stromprobleme habe der schaltet irgendwas ab was ich aber noch brauche kann ich irgendwas anderes abschalten und das wieder anschalten oder so und ich will irgendwo die wichtigsten werden sein wie gesagt sachen die für die stromproduktion wichtig sind dann will ich dass die bahnstrecken einzelne schalter haben so dass ich auch einzelne bahnstrecken an und ausschalten kann bis jetzt habe ich ja nur eine aber es werden sicherlich noch mehr hinzu kommen und einzelne produktion dann könnte ich nämlich auch mal testweise die sachen so alle abschalten und mal schauen wie viel denn eigentlich wie viel strom eigentlich gebraucht wird um strom zu produzieren also für die ganzen wasserpumpen und für die miner die die kohle fördern und so oder zum beispiel auf den öl inseln da habe ich ja auch strom als nebenprodukt also kohle beziehungsweise nicht kohle sondern das was aussieht wie kohle ich habe es jetzt vergessen das bei der ölproduktion entsteht das ich auch verheizen kann ähm ne sowas also blech ist direkt hier da brauche ich gar nicht so weit laufen oh die kameras aus ich mache sie sofort an ich fliege nur eben zu ende nö nö so okay gibt mir alles okay es läuft es fährt nicht rein auch gut das liegt sicherlich daran dass der bahnhof abgeschaltet ist aber sag mal wo geht denn der strom in den bahnhof rein ist das von einer geht das von einer hauptleitung aus wo ist der bahnhof verbunden oder habe ich den habe ich den abgezogen ich glaube hier ja aua und der ist jetzt natürlich nicht an einer hauptleitung dran okay das wollen wir kurz ändern da kann ich ja dann äh noch netzschalter zwischen bauen also warte mal hier ist eine hauptleitung die läuft dahin da ist eine hauptleitung und hier ist eine hauptleitung ja dann machen wir das jetzt ganz einfach ich versuche jetzt dafür habe ich die dinger gebraucht okay warte ich hole mal ich hole die mal schnell dann kann ich den ersten schritt nämlich direkt machen brauche da diese stahl dinger für habe ich doch jetzt bloß nicht aussortiert naja und dann kann ich immer schön entscheiden einzeln ob der ob die bahnstrecke laufen soll oder nicht hier das sind die dinger die ich brauche die laufen hier rein nehme ich mir hier einen schönen 200er stack weg dann nehme ich mir einen stack weg das wäre auch eine gute möglichkeit dann um das zu testen und vor allem was richtig toll dann ist also wenn das wirklich funktioniert wie ich mir das vorstelle dass ich von jedem ding die anderen an und ausschalten kann dann kann ich ja auch auf einen blick sehen wieviel strom der ganze kram überhaupt produziert weil ich glaube ich glaube ich mache das mal ein bisschen hübscher und stelle das ding hier hin oder stelle ich das mit auf den bahnhof ne das geht irgendwie nicht okay dann stelle ich es da vor so 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 der schließen wir das hier erstmal ab also ich finde das ja überhaupt nicht geil dass das kabel so so quer durch den hier so quer durch geht das gefällt mir gar nicht ist auf der dann muss ich ihn auf die seite stellen aber dann muss ich das kabel hier rüber führen und das ist auch wieder dasselbe in grün mhm das ist ungeschickt gibt es hier gibt es hier hinten vielleicht eine bessere stelle ich meine hier fährt der zug ja theoretisch auch durch kabel durch ja gut okay darum kümmere ich mich dann wenn wenn ich äh warum hätte er jetzt wie von der tarantel gestochen ist der dumm egal dann stelle ich den jetzt erstmal hier hin so so gut und jetzt hätte ich gerne ah geht nicht okay da und der heißt jetzt Hallo, ich bin gerade mitten in der Aufnahme So, also Ähm, genau Ich wollte den gerade Ich wollte den gerade Warum kann ich den denn nicht? Ah, okay Also Wenn ich das wieder ausmache, kann ich den Namen eingeben? Ja Also das hier ist Bahnstrecke Eins Ich habe nur eine Ne Aber Sicher ist sicher Den packe ich jetzt erstmal in die Prioritätstruppe Drei Denn ich bin mir Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich den hinpacken will Deswegen haue ich ihn erstmal in drei So Ich nehme an, es wird Der Zug wird jetzt nicht fahren Richtig Denn so wie das gerade aussah Frisst der doch schon enorm viel Strom Der hat also doch Die Bahnstrecke hat schon gut was weggenommen Und das ist aber noch nicht so schlimm Dann Ich bin aber auch nie Ich bin aber auch nicht verändlicht 이거